13. Südamerikanisch, südafrikanisch, britische High Society, italienisches Proletariat. Du Arschelocke! Will mich jemand aufhalten? Fechten, Nunchucks, Autofahren? Ja, Automatik und Schaltung. Okay, okay. Wow. Du bist der Schlechteste. Willkommen an Bord. Hey. Hey, Dylan. Hey, Dad. Ich weiß, wir haben uns ne Ewigkeit nicht mehr gesprochen, aber ich bin unterwegs nach Quahawk. Oh. Wirklich? W-wann kommst du denn? Dienstag. Sag nicht Dienstag. Oh, oh, oh. Ich bin, äh, ich bin den ganzen Tag bei diesem Projekt. Da bin ich echt unverzichtbar. Die brauchen mich da also. Mann, sowas Blödes. Meg, du hast eine Warze. Wie konntest du auch eine Kröte hier ins Haus bringen? Das ist gar nicht meine. Die hab ich nur für'n Freund aufbewahrt. Ehrlich. Es war Mittagspause. Okay, Conny, jetzt du. Conny, Demiko ist eine Krötenschleckerin? Ich nehme an, unsere dauernde Mützenträgerin will uns wohl verraten, oder? Julie! Hi, wir haben grad von dir geredet. Hallo. Kennen wir uns? Oh, natürlich. Nein, natürlich nicht. Du kennst Carina. Ich bin ihr Bruder, Stewie. Das freut mich sehr. Ist sie da? Oh ja, ja. Sie ist oben. Komm rein. Hey, guck mal da unten. Der sieht aus wie ich mit dem grünen Hemd. Der bringt ne Frau um. Ha, 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 ha. Ist das meine Aufnahmebestätigung für Hogwarts? Nein, das ist ein Brief mit der Bitte, keine Steine mehr auf mein Nest zu werfen. Sie haben eins meiner Kinder erwischt und jetzt fliegt's nicht mehr richtig. Gut, dann werfe ich eben Steine auf die Hornissen. Er hat mich angestiftet. Bitte, die Hängesprossen sind auch schon fertig. Oh Gott, und schon sind sie voll von Al-Qaida befallen. Wer ist weg mit euch, Dick? Mann, wenn die mal bei uns einmarschieren, werden die echt super im Hangeln sein. Wow, Quagmire, wie hast du das so schnell zusammengebaut? Ich hab die Montageanleitung befolgt. Komisch, ich hab nur die lateinische gefunden und diese verklemmten Uniprofessoren wollen mir nicht helfen. Oh, 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 ihr müsst leider eure Schuhe ausziehen, Joan, und ich leben japanisiert. Oh, oh, Fußgeruch. Ich muss wieder gehen. Ich hab, äh, furchtbaren Fußgeruch. Glenn, dein Haus sieht wunderbar aus. Ich würde mich jetzt sogar trauen, hier was anzufassen. Wir haben euch eine Flasche Wein mitgebracht. Und dann stiegen Captain Leeroy Hotdog Sansibar und Gina, meine Arbeitskollegin, auf den Rücksitz seines echt supercoolen Raumschiffs. Gina hatte endlich mal das Top an, das ich ihr geschenkt habe, und sonst nichts. Sansibar wusste, dass er seine Weltraumgeilheit keine Minute länger unterdrücken konnte. Und dann haben sie's vollgetrieben. Und wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh, super. Jungs, ich hab tolle Neuigkeiten. Mein Dad kommt zu Besuch. Oh, oh, oh. Versteckt die Frauen. Das heißt, wir lernen endlich den Mann der tausend Bräute kennen. Oh, ja, ihr glaubt, ich hatte viele Weiber. Mein Dad hat öfter eingeloggt als Tiger Wolves. Hahaha. Was? Igi, das ist ekelhaft. Und ich hasse mich dafür, aber es fühlt sich so gut an. Suchen Sie irgendwas Bestimmtes? Nein, wir sehen uns nur um. Gott, ich hasse es, wenn man so belästigt wird. Peter, ja, könnten Sie uns helfen? Wir suchen einen Totenschädel, den mein Mann weggeworfen hat. Ein Mensch, der immer genügend Karamellbonbons für seine Freunde hat. Okay, also das ist ziemlich cool Ich will ehrlich sein, wir sind hier, weil wir uns Sorgen um dich gemacht haben Aber diese Bonbons sagen, dir geht's gut Mir ging's nie besser, ich habe mein Leben falsch gelebt Aber das ist vorbei, nie mehr denken, nur noch leben Hey Cleveland, was führt dich denn zurück in die Stadt? Ich komme für meinen monatlichen Haarschnitt Wenn ein Schwarzer sich für einen Friseur entscheidet, ist es fürs Leben Oh mein Gott, der Geschäftsführer von meinem Konzern, jetzt kann ich ihn beeindrucken Hey Mr. Carlyle, gucken Sie mal Das kann ich für unser Unternehmen leisten Wirklich? Guten Morgen, Lois, was geht ab, Brian? Was ist mit deiner Stimme passiert? Du weißt genau, was passiert ist, du geiles Biest Meine weißen Blutkörperchen haben die Pathogene angegriffen und Antikörper gebildet Und dann wurden die Pathogene durch meine Nieren rausgefiltert und mit meinem Urin aus meinem Körper ausgeschieden, du Schlampe Ich würde das normalerweise nicht tun, aber ich war mitten in einem Gespräch und ich muss noch kurz antworten Und ich bin fertig Oh ja Okay, nur noch ganz kurz und Das war's Entschuldige Okay, also Nein, das gucke ich jetzt nicht an Naja, dann könnten wir es vielleicht vom Tisch nehmen Red einfach weiter Du solltest ihn festhalten, nicht abschneiden Dann sag's gleich, ich hab sowas noch nie gemacht Geht's Ihnen gut, Brian? Ja, ich freue mich nur so, Sie kennenzulernen Was machst du? Die Wunde ausbrennen, vertrau mir, ich bin Pflegerin Ah Brian Was ist denn mit Ihnen los? Ich glaub, da ist was angebrannt Gott, tut das weh, das tut weh, du Wie ein bisschen Morphium Barkeeper in Virginia Wir können nicht nach Virginia fahren Bonnie und Lois haben das Pärchenwochenende in Maine geplant Wir fahren morgen früh los Ja, wir haben lang genug gesucht Vielleicht kommt der Witz nirgendwo her So ein Quatsch, jemand muss ihn erfunden haben Und wir finden raus, wer Außerdem macht das viel mehr Spaß, als mit den Frauen in Maine rumzuhängen Und sich am Lagerfeuer langweilige Einkaufsgeschichten von Lois anzuhören Sie haben mir so viel Freude bereitet als dieser liebenswerte Teenager-Mörder Und ich möchte mich dafür bei Ihnen revanchieren Ich hab nicht mal mehr einen Agenten Dann mach ich Ihnen einen Vorschlag Ich werde Ihr Agent sein Sie? Ja, ich kenn jede Folge von Entourage Ich brauch dafür nur falsche Haare und ein paar Hobbits um mich rum Wow, das ist ja noch nie passiert Was zum Teufel? Das Gewehr hab ich eine Million Mal zusammengebaut Vielleicht liegt es nicht nur am Gewehr Was soll das bedeuten? Nun, du hast nicht gerade sehr konzentriert gewirkt Wenn du mir was zu sagen hast, dann raus damit Na schön, ich glaube, du wirst weich Wann hast du das letzte Mal was in die Luft gejagt Oder versucht, die Weltherrschaft zu übernehmen Oder einfach nur geflucht? Tja, Dieter, die Operation war ein absoluter Erfolg Was werden sie jetzt tun? Ich hab das Ganze nur gemacht, um wieder zurück zu meiner Familie zu können Das ist ewig her Was ist, wenn die mich nicht mehr mögen? Dieter, was glauben Sie wohl, wer all die Knochen gespendet hat? Du meine Güte, soll das heißen, dass eure Knochen in mir stecken? Ich bring wenigstens ein bisschen Farbe rein Grüne Bluse, beige Hose, ist ja was ganz Neues Oh Mann, fühlt sich das gut an, meine Arschklappe aufzumachen Ich geh, Dad! Wir sind nicht scharf drauf, deinen Hintern anzuglotzen Ja, da seh ich noch lieber Meg beim Abtrocknen zu Wenn sie sich nach der Dusche die Pore zerrubbelt Oh nein! So lässt mich das Universum dafür büßen, dass ich immer so ein Schwein war Von nun an werde ich mein Verhalten ändern Männer sind doof, schwören wir ihnen ab und trüsten uns gegenseitig Kommt her, Mädels Doch bevor ich gehe Hier Für mich? Meine Niere! Ich wollte, dass du sie hast Oh, Tobi, sie ist wunderschön Danke Ach, das war der schönste Weintienstag aller Zeiten Chris, pass mal auf, Jackass Nummer 2 Dieser ganze Tag war eine endlose Comedy-Nummer Du willst beim Rodeo mitmachen? Das ist bescheuert Du kannst nicht mit Pferden umgehen und du bist untrainiert Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Lois Wenn das Leben an die Tür klopft, versteckst du dich in der Küche Ich reiß die Tür auf und sage Was hast du für Peter Griffin auf Lager? Und wenn dich das noch nicht überzeugt, dann lies die Fernsehwoche Hier steht, Peter nimmt am Rodeo teil und kriegt mehr als er will Na, wenn's in der Woche steht? Oh, das war spitzenmäßig, Mr. Seamus Kinderspiel, so hab ich Bruder Holzbein dort besiegt Hey, Brian, was hältst du von meinem Schild? Quackmeyers großes Pop-Festival Schreibt man Pop hinten nicht nur mit einem P? Nein, halt dich fest, Kalifornien, jetzt komm ich Kalifornien? Was soll das werden? Hast du doch gehört, Captain Syphilis fährt nach Kalifornien Oh, bitte, du kannst nicht allein mit Quackmeyer fahren Na, schön, pass auf, wenn dir das wirklich so ernst ist Peter, das ist deine Einladung Chris, Meg, Stewie und das ist meine Ähm, da ist bestimmt noch eine drin Nein, sieht nicht so aus Oh, doch, hier ist sie, für Brian Nein, warte, die ist für B. Ryan Cool, Mrs. G, danke, dass ich die letzten Wochen bei Ihnen wohnen durfte Hey, Brian, wie wär's mit einer Sportwette? Morgen Abend läuft wieder das Prominentenboxen und ich wette, dass Carol Channing Mike Tyson in drei Runden besiegt Carol Channing? Du glaubst, dass diese uralte Schauspielerin Mike Tyson in drei Runden schlägt? Da setze ich 50 Mäuse auf Tyson Tja, da bist du in guter Gesellschaft Fred, der Zocker hat das gleiche gesetzt W-w-w-w-w-w-w-wetten sind für mich das Größte Gut um zwei Uhr, wir sehen uns Die wollen, dass ich für den New Yorker schreibe Für den New Yorker, ach, da passt du genauso gut hin wie ich nach Woodstock Äh, entschuldigt bitte, mir ist zu Ohren gekommen, dass ein paar ungezogene Subjekte da unten Marihuana rauchen Äh, ich hab Neuigkeiten für euch Freunde, Marihuana ist illegal Nicht cool Mein Vater fährt gern weit für gecrushtes Eis mit farbiger Flüssigkeit drin Sie haben blau Und wir alle lieben italienisches Essen Oh, ihr mögt italienisches Essen? Wollt ihr ein Hackbällchen? Ich verzichte dankend, aber es ist ein Jammer, dass wir in Kohau kein gutes italienisches Essen bekommen Tja, vielleicht sollten wir drei dort ein italienisches Restaurant eröffnen Unser eigenes italienisches Restaurant? Das klingt fabelhaft Du, äh, du hast Hackbällchen in deinem Sakko? Hi Naomi Hast du das zerreißbare Höschen dabei, wie ich dir gesimst hab? Ich habe keine SMS von ihnen bekommen Ich weiß nicht genau wieso, aber ich kauf's Hi Naomi Hallo Lois Und das ist mein Mann Dale Hallo, freut mich sehr, Dale Dale? Gut, wenn's sein muss, aber dich nehme ich als Letzten Voll verarscht, ich kann nämlich nur zweimal Du wurdest wegen rassistischer Zeichnungen gefeuert, die werden dich nicht wieder nehmen Du hast recht Weißt du, wen ich noch toll malen kann? Donald Duck Ich hätt den Job noch, wenn mehr Verbrecher wie Donald Duck So, Freunde, seid ihr bereit für Rocky IV? Legen wir los! Happy Teufel und Green Day! Was zum... was zum Teufel? Puste den Staub weg! Kacke, sie läuft nicht Wir müssen den Film gucken, das ist unsere Tradition Wir könnten ihn auf dein Apple TV streamen Ach, das ist das, ich dachte, das ist ein Untersetzer Ich stelle schon seit einem Monat kalte, feuchte Sachen drauf Das ist schön, unbeschreiblich schön Wir verbringen Zeit zusammen, und zwar hier und jetzt Sachte Joe Ach, tschuldigt, ich erschaffe mir nur schon Erinnerungen für die Zeit, wenn ihr tot seid und ich Mutterseelen allein Oje, Quackmeier, hilf mir mal Nein, er hat recht, manchmal sterben Bräute einfach und niemand ist schuld dran Na schön, es ist 14.30 Uhr, Zeit fürs Essen, weil man an Thanksgiving aus irgendeinem Grund um 14.30 Uhr isst Und obwohl ich den Schmerz nie überwinden werde, den ich wegen meines Sohnes empfinde Vergebe ich ihnen, weil ich glaube, dass sie krank sind und Hilfe brauchen Mr. Griffin, Sie sind im städtischen Bauamt, Sie wollten eine Genehmigung für den Jacuzzi an Ihrer Garage Ach ja, bekomme ich sie? Nein Ich bringe Ihren Sohn um, Ihr Sohn ist tot Ist der größer als Superwasserland? Ja, der, der ist viel größer Woher weiß der Junge das? Ich hab's ihm gesagt, ich kenn da jemanden, der mitgebaut hat Wow, da haben wir also richtig Insider-Informationen Ist der größer als die sechs Tümpel von Atlantis? Oh, das ist er, Peter, das ist er, denn er heißt Siebentümpel von Atlantis Oh, das ist ein ganzer Tümpel, mehr Wasser, los ins Auto Wow, du bist aber schon früh auf Ja, es ist ein echter Schnurrbart morgen und ich hab mir den Sonnenaufgang in Jeanshemd, Jeanshose und Jeansjacke angesehen Mann, die Schnurrbartkultur ist echt voll cool Da hast du recht, mein Sohn Und jetzt mach ich dir Bohnen und Speck zum Frühstück und danach gehen wir ins Bordell, damit du deine Jungfälligkeit verlierst Gefällt dir das? Na, Logo, das ist ein viel besseres Geschenk als der Bodybuilder-Hamster, den ich von dir zu Weihnachten bekommen hab Warte, warte, Mac, hör zu, wie wär's, wenn ich, wenn ich dich hinfahre und dich hineinbegleite und was auch immer Brian, würdest du mit mir hingehen? Bringst du dich um, wenn ich es nicht tue? Ja Na ja, dann bleibt mir wohl keine Wahl Oh, Brian, danke, 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 danke Oh, ich muss mir ein neues Kleid kaufen, in denen die ich habe, sehe ich fett aus Oh Oh, hi, Mac Hi, Mr. Craigmeier Wie kann ich dir helfen? Kann ich mir ein paar Betäubungspillen ausleihen? Oh, klar, klar, warte kurz Betäubungspillen, hä? Ziemlich harter Stoff für so ein kleines Mädchen Ich weiß, aber ich hab jemanden um einen Gefallen gebeten und der sperrt sich dagegen Ich weiß, wozu du sie brauchst, Schatz Wie läuft's in der Schule? Oh, gut, danke Lernst du fleißig? Ja, ja, im ersten Halbjahr fast nur Einsen und Zweien Oh, das höre ich gern Gut, wir sehen uns bald, ciao So, Leute, das war Louis, sie sind zehn Minuten hier Wie hast du Mama aus dem Haus bekommen, damit wir dekorieren können? Ich habe eine sehr ausgeklügelte Attrappe eines Supermarkts aufgebaut Oh mein Gott, kosten diese Gurken wirklich nur 39 Cent? Allerdings, man Haha, das ist unglaublich Was zum Teufel ist hier los? Mann, mit dir rumzuhängen macht echt Laune, Winnie Willst du noch ein Bier? Nein, ich würde dafür sterben Haha Oh mein Gott, du hast es echt drauf, Winnie Ich gratuliere, du hast einen Vollidioten für dich gewonnen Augenblick mal Lässt es du gerade über den Mann, der ackert, um dich zu versorgen? Er hat mein College-Geld für Puppenkleider ausgegeben Peter, Karen, kommt, Ende der Diskussion Cool, ich wusste nicht mal, dass ich eine Tante habe Ich freue mich total auf sie Ich schwöre es euch Leute, das wird eine Katastrophe Wie das alternative Ende von Zurück in die Zukunft Tja, wenn ich mich sowieso in nichts auflöse, kann ich auch meine Mutter vögeln Lorraine, warte! Hallo, mein Name ist Marty Hey Joe, du hast mir doch mal diesen Film empfohlen, von dem du sagtest Er sei dein Lieblingsfilm und ich müsste ihn unbedingt sehen Backdraft, hast du ihn endlich angeguckt? Ja Ist er nicht klasse? Ich fand ihn beknackt Mach's gut, Joe Wir sind frei, dein Plan hat funktioniert Ich hab doch gesagt, die Wachen würden wegsehen Ach Joe, das war der Wahnsinn Das war doch einfacher als dem Frühchen Süßigkeiten zu klauen Oder Tom Brady Du lässt diesen mega scharfen Knackarsch in Ruhe Ich hab dich von Anfang an richtig eingeschätzt Du kannst nicht auf der ganzen Welt tun, was du willst und damit durchkommen Es wird Zeit, dass dich jemand herausfordert und es überlebt Impfungen haben ernste Krankheiten wie Mumps, Polio, Pocken und Röteln mehr oder weniger ausgerottet Wie sauberes Wasser und funktionierende Schulen sind Impfungen ein Menschenrecht Das hab ich gebraucht, ein Moralvortrag vom liberalen Hollywood Die ganze Folge war ein Moralvortrag vom liberalen Hollywood Das bedeutet mir sehr viel Es wäre nett, wenn sich jemand dafür interessieren würde Oh, tut mir leid, Brian Das ist wirklich toll Welcher Fernsehsender überträgt die Preisverleihung? Oh, dir wird ein Preis verliehen, weil du gestern so toll abgespült hast? Ha, du hast ein erbärmliches Leben Wo bin ich? Auf dem Spielplatz, Brian Ich habe dich entführt Du und ich werden für den Rest unseres Lebens direkt hier unter dieser Rutsche wohnen Stewie, was soll das? Bist du verrückt? Das bin ich ganz bestimmt nicht Ich weiß, was du vorhast und ich werde es nicht zulassen Du wirst dich für diesen fetten Drecksack nicht umbringen lassen Ich habe meine Entscheidung getroffen und jetzt binde mich los Nein, das werde ich nicht Wie kannst du beschließen, mich zu verlassen? Komm schon, du kannst ohne einen Hund leben, aber du kannst nicht ohne einen Vater leben Oh Mann, das macht mich so sau wütend Was? Was ist denn? Die Nummer 1 der Bestsellerliste der New York Times ist Träume, dein Weg zu seelischer Freude von Pauly Shaw Deswegen hat niemand mein Buch gekauft Weil sie das hier wollen, Ratschläge, Hühnersuppe für die Seele, den Sinn des Lebens So einen Scheiß könnte ich in einer Nacht aufs Papier werfen Ich sag mal, du hast Scheiß gesagt Ich schreib das in 3 Stunden und die Idioten überall würden es kaufen Dann mach es doch Mr. President, wir haben ein Problem Die Decepticons haben vor, die 7 Weltwunder zu zerstören Beginnend mit der Hagia Sophia Der was? Ist das überhaupt eins der 7 Weltwunder? Die Decepticons haben nur eine Schwachstelle Eine Bierallergie Ich hab den Geschmack auch nicht so gern An der Brustplatte sind sie verwundbar Wenn jemand ein Bierfass stark genug dagegen werfen könnte, hätten wir eine Chance Hey, ich sagte, sie dürfen nicht mehr einsteigen Geh mir aus dem Weg, du blödes Sackgesicht Oh nein, ich kann ohne meinen gestreiften Einteiler nicht schwimmen Ihr macht jetzt alle schön Platz, wir kommen auf dieses Boot Hey, wo wollten sie nochmal hin? Biegen sie in diese dunkle Gasse ab Was zum Teufel wird das? So behandeln wir Uber-Fahrer in dieser Stadt Hört auf, hört auf Das Geräusch von euren Niederjacken ist unerträglich Du kannst nicht einfach ein Handy kaufen und Taxifahrer werden Bitte, ich hab zwei Familien Peter, mit diesem Pferd stimmt irgendwas nicht Du kennst dich mit Tieren aus, dieses Pferd ist zurückgeblieben, darum war es so billig Ich halte ein geistig behindertes Pferd als Haustier nicht für klug Schnauze, du hast doch keine Ahnung Von irgendwas Wie du willst, Peter, bitte behalt das Pferd Gut, diese Familie funktioniert besser, wenn wir uns einig sind Und dieses Pferd wird eine Bereicherung für unsere Familie sein James Woods, hallo James Einen Moment mal, Sie sind nicht James Woods Doch, ich glaube schon Führerschein, Sozialversicherungskarte, American Express Was soll das zum Teufel? Wow, äh, dann sind Sie wohl James Woods Also, schießen Sie mal los Was gibt's für neue Projekte, James? Also, mit mir gibt es einen ganz tollen neuen Film Er läuft nächsten Monat im Fernsehen Es geht um den 11. September Der Film heißt Der 11. September Der Spaß fängt erst an Peter, darf ich dir deine Familie vorstellen? Ihr seid... Meine Familie? Ganz genau Das sind deine Kinder Dad, ich bin Chris Ich bin dein Sohn Ich hab dich noch nie im Leben gesehen Wow, das bedeutet, ich bin unsichtbar Wow, Mom Du warst mal Miss Teen Road Island? Allerdings Da war ich 16 Jahre alt Deiner Mutter ist sogar mal ein Modelvertrag angeboten worden Wirklich? Warum hast du ihn nicht angenommen? Ach, ich hätte's gern getan Aber dein Großvater hat es mir nicht erlaubt Aber Daddy, die haben mir einen Vertrag angeboten Mein Kind lässt sich nicht zu einem Model-Dasein herab Dieser unkeusche Beruf ist unserer Familie nicht würdig Verschwinde, ich hab zu... Das steht auf dem Schild dort Ich bin nicht gut im Lesen, Sir Aber ich habe gesehen, wie unser Herr und Retter eine Frau für eine Weihnachtshubelei hineingetragen hat Du bist ein guter Junge, hier ist ne Gans In welchem Zimmer ist Jesus? In welchem Zimmer ist Lenny Kravitz? Oh, da hätten wir eine Fahrgemeinschaft bilden können Lois! Lois! Du verdammter Drecksack! Was hast du meiner Ehe angetan? Lois hat recht, ich bin schon zu lange arbeitslos Ich finde, du solltest dir etwas suchen, was du wirklich gern machst Nimm dir die Jungs da drüben als Beispiel Wo? Oh ja, das ist ein herrlicher Job Frische Seeluft im freien Arbeiten So verdient ein echter Neu-England-Mann seinen Lebensunterhalt Du solltest mal darüber nachdenken, Peter Was ist das, Daddy? Das ist der Merkur Jake Der Planet, der der Sonne am nächsten ist